Zweckverband feiert 20-jähriges. Die Entwicklung des Personennahverkehrs im Vogtland sei eine Erfolgsgeschichte auf Schiene und Straßen. Das betonte Dr. Tassilo Lenk am Dienstag in Auerbach während der Jubiläumsveranstaltung anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Verbandes. Der Landrat und Zweckverbandsvorsitzende dankte gleichzeitig den Mitgestaltern aus Politik und Wirtschaft. Es ging immer stets darum, den öffentlichen Personennahverkehr als Grundversorgung für die Vogtländer so attraktiv wie nur möglich zu gestalten. Das Waren ist kompliziert, denn Ideen und Vorhaben für die Gestaltung attraktiver Angebote müssten mit den finanziellen Möglichkeiten übereinstimmen, so Lenk. Der Zweckverband wurde am 15. September 1994 von den damaligen Landkreisen Auerbach, Klingenthal, Oelsnitz, Plauen, Reichenbach und der kreisfreien Stadt Plauen gebildet. Seit der Kreisgebietsreform im Jahre 1996 sind der Vogtlandkreis und die Stadt Plauen Mitglieder des Verbandes.